Was? Ah! Ah! Fuck! baui Wo bin ich hier wieder gelandet? Nein, jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich zu viel zocke, lande ich im Scheissgame. Okay, Priorität Nummer eins, bin her rausgekommen. Priorität Nummer zwei, Dwarf-Wid ausprobieren. Hat er nicht gesagt! Hat er nicht gesagt! Die Priorität zu euch ist natürlich ganz ganz böse. Ähm, ja, was soll man sonst noch sagen? Schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich immer sehr, wenn du mein Video schaust. Und ja, dass allein verdienst du für mich schon einen Daumen nach oben. Und ja, Daumen nach oben. Ja, genau. Ähm, Glocke. Abo. Just, just saying. Like, just saying. Ja, ähm, Themas, ähm, liegt nicht viel auf der Hand. Ähm, das eindeutigste Thema ist vielleicht, dass ich momentan fast kein Apex zocke, sondern eher Runescape. Und durch das, ähm, ja, meine Videos immer noch rausgekommen werden, auf jeden Fall. Aber ich denke, sie werden dann rausgekommen, wenn ich Lust habe, vom Abstand her. Ähm, wir schauen eigentlich immer so ein wenig, dass es in einer Woche bleibt, teilweise in der Woche. Also momentan habe ich so ein wenig geschaut. So im 5-Tages-Up-Rhythmus, 6-Tages-Rhythmus. Und das sollte sich eigentlich so beinhalten. Solange, ähm, mich das alles, ähm, einfach aus meiner eigenen Kraft macht, ohne Hilfe, ohne niemals. Ähm, ja. Muss das auch ein wenig verstanden werden, hoffentlich von euch. Und wenn nicht, würde ich mich jetzt entschuldigen bei dir. Tut mir leid, dass nicht mehr Videos kommen. Ja, sorry. Aber, kannst ja auch mal das alte Video nochmal nachschauen. Vielleicht hast du auch eins mal verpasst. Geiss Ding. Ähm, ja. So. Apex gibt's ehlig demnächst. Meine Kamera flippert in und her. Auch gut, super. Ähm, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, was kommt. Ich schaue es sicher nachher noch schnell an, dass es auch passt für euren Geschmack. Oder für meinen Geschmack besser gesagt. Und ja, ich versuche nicht zu lange zu machen. Mache schon wieder viel zu lange, sehe ich. Ähm, schönen Morgen, Mittag und Oben. Und... Ciao. So, First Platinum Game für mich. Schon Ewigkeiten im Platinum gespielt. Und ja. Mal schauen. Okay. 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 Digga. Was ist mit den Snipers los in der Brake? Gibt's gar nichts. Hey, bist du schlecht? Ja. Wenn drei Leute auf dich schiessen, bist du halt einfach tot. Das ist so. Ja. Zum Glück haben wir gar keine AP zu verlieren, weil wir sowieso gerade hartstuck sind auf vier. Also ja, wieso nicht, oder? Oh mein Gott. Ja, auch die schlechtesten Platinum Spiele mit mir im Team. Ich bin nur intact. Promenal passiert auf vier. Mädchen K claim ich auf vier. Ich bin voll Patient spielst?" Ja. okay, ich habe gesagt, ich habe euch einfach getroffen. Ich muss mich korrigieren, ich bin jedenfalls nicht der schlechtesten Platinom-Spieler, denn gegen diese haben wir gerade vorhin gewonnen. Ach, umschau mal. oh oh mein gott pad doch nicht da rauf hallo hallo hey mann das letzte squad wollte schon dorthin und ich bin nicht dorthin gegangen ok gute luck alter easy was was ist das was was hä ja geil ok wir müssen jetzt kämpfen ohne Waffe ohne nichts gegen wir haben niemand gesehen ja hey mein wir sind noch drin ja auch da Also ich sehe ganz ganz viel Squats. Das ist so eine Steuernhand. Oh mein Gott. Nein. Nein. Das ist ein Scheissring. Das ist die komischste Runde, die ich je gehabt habe. Oder eins vor der komischsten. Pisse. Scheiss Crabler. Ja. Ja. Ich bin hier in Kozen und 30. Reloading! Just attack! Kill her! Attacked by another squad! Hold on! Me and you are down! Oops! I killed you on purpose! So... Get shot! Not champion, huh? Look I'm down! Everybody else! Reloading! Inspiring killing! Be sure if I could kill it! So he's dead! Duke to the rescue! Guard is not located in your seat pocket! Taking fire! I can use some help here! Reloading! Shots fired and they're hitting me! I think this place needs a little more... Me! Using the decoys, Kate! They're right out! What's a wee singularity between planes? We'll be here! René is out! Alright, frag out! FUNTY! Redoading! This way! You can! Grenade! Grenade! FUNTY! Like it! I'm taking some damage! Reloading! Sounds of enemy! Reloading! Brard here to save the day! Schild's recharging. Give him my shield to recharge. Enough desportage. Bogey there. Let's go here. Shots fired. And they're hitting me. Let's check the squadron. Just relax. I got everything out of control. Recharge. We're shitting. Yeah, good shot. Send them decoy. Recharging shield. Get an arc star. Stay under the knee. Ring's close. One more minute. He's for me. Yeah, that's a absolute Friedhof. I've seen. I don't have to do it anymore. If they won't have, they won't have. If they won't have, they won't have. If they won't have. If they won't, then not. Then, yeah.